Leet und Trautix 27 Semikolon ist Danze-Liebling, Motsi Mabuse feiert heute 37. Beda. Ungeschminkt, schwanger und einfach wunderschön, so feiert Motsi Mabuse ihren Ehrentag. Am heutigen Mittwoch wird die Leet-Stanze-Jurorin 37 Jahre alt. Und nicht nur ihr Geburtstag bringt die gebürtige Südafrikanerin zum Strahlen, die zusammen mit Ehemann Yvonne Otsnoub gerade ihr erstes Kind erwartet. Auf Nachwuchskurs, beruflich erfolgreich und einfach total happy hat jede Menge Gründe, bester Laune zu sein. Heute vor 37 Jahren erblickte in Mankwe, nördlich von Johannesburg, das Licht der Welt. Ein Anlass für das Geburtstagskind, auf Instagram zu reflektieren, wo es gerade selbst im Leben steht, ich habe sehr vieles, für das ich dankbar bin. Ich bin gesund, glücklich und werde geliebt. Liebe dich selbst zuerst und alles andere wird folgen. Dazu postete die erfolgreiche Tanztrainerin ein Selfie, auf dem sie ohne Make-up strahlt Mama Glove trifft Sonnenschein. Unter die zahlreichen Gratulanten unter dem Foto haben sich auch Promis gemischt. Neben DSDS Jura Musi Tee. 51, wünscht auch eine ehemalige Kandidatin nur das Beste, Min Hai Phan Thi, 44. Jede Menge Liebe, Gesundheit und eine riesengroße Umarmung für dich. Ich hoffe, ich kann dich bald rücken und deinen Bauch küssen, schrieb die Moderatorin, die 2015 den zweiten Platz der Tanzshow belegt hatte und so bis zum Schluss Zeit mit Jury-Mitglied verbrachte. 53, bis zum Schluss. 53, bis zum Schluss. 53, bis zum Schluss. Da war's unbedingtvar.